Hallo und grüß euch, ich bin der Alois Emslander, bin Pfarrer im Pfarrverband Pasing, das ist ein Stadtteil von München und ich darf euch mitnehmen und zeigen, was denn ein Pfarrer so tut. Grüß Gott, wie man bei uns in München sagt, mein Name ist Ralf Honig, Honig tatsächlich, genauso wie die Biene, wie die Marmelade und ich bin evangelischer Pfarrer hier in München, im Süden von München in einer kleinen Gemeinde mit ganz verschiedenen Aufgaben, die damit dazugehören, weil mancher sich ja vielleicht fragt, was macht ein Pfarrer denn eigentlich so die ganze Zeit? Also ich glaube, es gibt verschiedene Aufgaben beim Pfarrer, die sind immer gleich. Also Gottesdienst zu feiern, Kinder zu taufen, Menschen zu beerdigen, das ist sehr gleich. Musik 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 Vielen Dank.